Ja, meine Damen und Herren, wir sind heute auf der IAA und zwar am ersten Tag natürlich, wo? Auf dem Stand der Firma Notteboom. An meiner Seite Herr Rekers. Herr Rekers, willkommen in Hannover. Ja, danke vielmals. Sie auch willkommen hier in Hannover auf die Messe. Dankeschön. Herr Rekers, Firma Notteboom, Sie haben einiges mitgebracht und zwar an Neuheiten. Wir stehen hier vor einer Geschichte, gucken uns gleich noch ein bisschen mehr an. Erklären Sie mal, was ist das eigentlich hier, was Sie mitgebracht haben? Na, was wir mitgebracht haben, sind mehrere Auflieger. Wie Sie sehen können Sie hier einen roten Auflieger. Das ist ein Fahrzeug, was völlig, völlig versehen ist von Pendelachstechnik und das hat ein ganz großes Vorteil in Deutschland, weil man hat auf einer Achslinie 12 Tonnen pro Achse, wo mit durchgehender Achse nur 10 Tonnen pro Achse Linie ist. Hier ein neues Produkt mit einem neu entwickeltes Interdolli. Das ist ein integrierter Dolly, womit man dann mehr Nutzlast an die Vorderseite haben kann, so für Transporter von Bagger zum Beispiel, wo der Schwerpunkt der Ladung ganz weit nach vorne ist.